Beginn, erster Starter bei den E. Und der hat oben diesen Skop, diesen Einlass, da sieht man die roten Klappen und wenn die gleich nach hinten gehen geöffnet sind, dann reicht man den Vollgas. Das war nicht optimal, 80, 26 die Weite. Dieses Team heute hier mit drei Traktoren am Start und der Einser, der war eigentlich schon in Rente. Der stand schon in der Scheune zum Verkauf und dann haben sie sich gedacht, ach komm, für Kumbach, da packen wir den nochmal aus. Der hat ein Jahr nicht gelaufen beim ersten Anlassen, sofort war er da, schnurrte wie ein Kätzchen. Eugen Schwarz ist am Steuer. Er schaut kurz hoch zum Rülpülwander. Hat das gereicht? Nein. 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 Ach, dann einst eine Box, das ist aber echt nicht. Schade. Damit er direkt aus USA, weil er noch bei den Motorspecialisten diese Teile mitbringen konnte, damit er hier heute überhaupt starten kann. Der Berries, das ist der Chefmechaniker von ihm, hat mir gestern erzählt, dieser Motor, wie er jetzt auf dem Kätzchen ist, den hat es so noch nie gegeben und den wird es auch so nie mehr geben. Das sind Teile aus einem Rohmotor, also einem Testmotor von Kiesbleck, der so eigentlich nie hergestellt wurde. Die hat er mal eben mitgebracht, damit der Hubert hier heute fahren kann, denn er will in den dritten Sieg in Folge den Kumpach. Das sind die Schauspieler. Die Rülpülwanderern, nun kann er viel mitgebracht werden. Noch einmal haben Sie hier leider geschlossen. Das Ich komme direkt dahinter. Die hat er immer noch mitgebracht. Das war jetzt auch lange nicht gerade 보여. Das war immer wichtig. Ich bin gespannt. Nummer einmal. Die Rüchter ist gut. Zum nächsten Starter ein weiterer Gast, Rammelby heißt das. Er kommt aus Österreich, er hat umgebaut, auch Mezzanolo wird es heute mal versuchen. Erster Start heißt es, Regierlby. Die Pro-Stocks bitte zur Waage, wichtige Durchsage für das Fahrerlager, die Pro-Stocks bitte zur Waage. Der Fahrer ist der Andreas Trauber oben. Die haben den Überwünter, wie gesagt, umgebaut, von der Meistrit auf Meter Null. Zum ersten Mal dieses Jahr auf der Waage, das was er fiel. Gestern Abend sind sie erst fertig geworden, ganz kurzfristig, kam der Anruf nach Kummer. Ja, wir kommen, wir starten in der Mini-Puller-Klasse. Hoffentlich hält alles. Wie gesagt, einige Teile für den neuen Faktor jetzt mit dem alten Rahmen, mit dem alten Schatten verbunden. Und es schüttelt ihn durch. Ja, er läuft nicht richtig, er läuft nicht richtig. Es geht einmal kurz um es schwer zu balancieren, dass sie leeren. Jetzt kommt das in den Raum. Next Chapter, also der nächste Starter, nicht know never, wie es am Laser steht. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht Markus wird es los vor uns. Vorschaus! Und man hat ganz deutlich gesehen, was wir sagen, jetzt nur die Bahn hat nach rechts gezogen. Also die Entscheidung nach links zu stellen, war richtig. Das ist ja der Muppe. Der Wahnsinn! Ich weiß nicht, was wir sagen, 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 was wir sagen. Vielen Dank.